Es wird so sein, dass Sambu sich privat fit halten wird und die Zeit nutzen wird, um mögliche Gespräche mit neuen Clubs aufzunehmen. Thanos, Levent und Lennart werden ab heute dann auch bei der U23 trainieren. Wir sind mit allen im Austausch, um dort Lösungen zu finden. Ich gehe nicht davon aus, dass sie dann in der Saison auch in der U23 spielen werden, sondern dass wir bis Transferende für alle Spieler auch einen neuen Klub gefunden haben.